Das hier ist die Dings... Ne, was bist denn du? Ich hab so ne Grotte erwischt. Nehme ich mit. Ah, wir sind hier. Da warte ich ja auch noch gar nicht eigentlich. Ah, uuuuuhh. Nice! Ja, okay, das nehme ich. Da freue ich mich auch schon so ein bisschen, muss ich sagen. Okay. Okay. So. Gut. ja ja freut mich nicht an wir machen jetzt noch das raise aber ich bin zumindest froh dass ich nicht zwischen den tempel hin und her switchen musste das macht zwei schauen ein bisschen anstrengend ok danke nein in die bombe die letzte bissel dom de dom doi doi falls du noch da bist Oh nein, runtergefallen. Let's start again. Das wird nochmal tricky hier. Pizza, Alter. Das gönne ich mir jetzt auch noch hier für mich sehr. Nein, in die Bombe rein! Ich lege jetzt ein bisschen, falls du noch da bist. Oh nein, runtergefallen. Let's start again. Das wird nochmal tricky hier. Pizza, Alter. Das gönne ich mir jetzt auch noch hier für mich sehr. Warum sind die alle so schnell? Hätten die die nicht ein bisschen langsamer machen können in dem Spiel? Warum ist denn das so? Stopp! Oh, das wird mein neues Hass-Minigame hier. Oh, das wird mein neues Hass-Minigame hier. Oh, das wird mein neues Hass-Minigame hier. Oh, das ist das, was wir jetzt machen. Warum sind die alle so schnell? Hätten die die nicht ein bisschen langsamer machen können in dem Spiel? Warum ist denn das so? Oh, das wird mein neues Hass-Minigame hier, was sie jetzt kommen. Oh, das ist das. Lass mich doch. Da darf ich ja nicht mal ein bisschen schlecht sein in dem Rennen, oder wie? Ich hab bestimmt schon drei vorher angucken. Oh, bin ich erster geworden? Oh, tatsächlich! Okay, never mind. Never mind, we did it! Ich glaube tatsächlich auch, dass wir dann hier soweit alle Checks haben, die wir im Frühling hier machen können. Das Problem ist, um jetzt in dem Stone Temple weitermachen zu können, brauche ich die Schlüssel. So, wir bereiten jetzt quasi alles vor. Und ich sage euch gleich mal eins. Ich habe ein bisschen Schiss. Weil wir haben jetzt hier Tag drei. Ich hole jetzt noch bei diesem Minigame den letzten Schlüssel. Dann haben wir vier Schlüssel. Drei, vier, vier Schlüssel. Und dann hoffe ich, dass wir relativ gut durchkommen. Ich habe das Schild schon. Das ist gut. Ich wollte auch noch dieses Pulverfaster holen, falls das noch relevant ist da eigentlich. Weiß ich nicht. Ähm. Ja. Es wird auf jeden Fall äußerst spannend, ob wir das in der Zeit schaffen. Soviel zu meinen Gedanken. Please work. Nice, nice. Oh ja, tatsächlich. Siravo, vielen Dank an dieser Stelle. War dein Tipp. Oh ja. Oh ja. Nee, falsch. Bitch. Shook to the core. Ja, jetzt habe ich es gelegt. Okay, ich habe kurz gebraucht. Aber ich habe nicht ewig Zeit. Oh man, das wird nie was. Weißt du, wie weit ich jetzt in diesem Tempel schon sein kann? Weh, ich kriege hier nichts, was plötzlich ist. Jetzt da. Gott sei Dank. Warte mal, was habe ich jetzt bekommen? Ich habe nicht aufgepasst. Wer hat aufgepasst? Dieser Song bedeutet, wir können jetzt auch offiziell den Zora-Tempel machen. Und ich habe einfach, dass das auch auf der Seite gehengelegt wird. und ich habe ja, teilweise über dem Zora-Tempel machen, und ich habe denen in der Zora-Tempel machen, das jetzt eben über den Zora-Tempel machen. Ja, das ist jetzt meinetlich. Und was sagt, ich habe doch alles gesagt. Wie geht's jetzt? Und ich bin in der Zora-Tempel machen,